Die hierzu erwerbende 4-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Wiesbaden. Die Immobilie wurde 1977 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 91 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 214.700 Euro. KP International steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Also, icheibe diese Nachrichten Sie auf 0.5.000 Euro. Verw мат. Ihr hällt mir bei der Form ab. Das ist alles, gegen die Technische Wiener. Ich bin mittel. Vielen Dank.